Hi zusammen, mein Name ist Lara und ich komme aus Deutschland. Ich bin gerade bei den Kiama Harbor Cabins, wie der Name schon vermuten lässt, direkt am Hafen gelegen. Direkt die Straße hoch findet sich das Blowhole von Kiama. Es ist hier eine Feriensiedlung mit verschiedenen Arten von Häuschen, verschiedenen Größen von Häuschen. Die sind komplett eingerichtet, also man braucht eigentlich nichts mehr mitbringen, bis auf Essen zum selber kochen. Und es ist wunderschön gelegen, sehr, sehr groß, alles ausgelegt, sehr, sehr luxuriös, also für Familien oder Paare oder einfach nur für irgendwelche Gruppen, super geeignet. Es ist super zentral gelegen, also zwischen Canberra und Sydney sind gut zu erreichen. Ansonsten, klar, der Beach, der Strand ist direkt in der Nähe und der Hafen und auch alles fußlich zu erreichen, was Einkäufe etc. angeht. Also, ich kann es nur empfehlen, es ist echt wunderschön hier.